Wer hat zuerst das Unheil in die Welt gebracht? Die Männer oder die Frauen? Um das zu beweisen, wurden vier Jugendliche 18 Jahre lang isoliert voneinander aufgezogen. Sie haben nie zuvor einen anderen Menschen gesehen und kennen nicht einmal ihr eigenes Spiegelbild. Was passiert, wenn sie zum ersten Mal aufeinandertreffen? Der Streit im Schlosstheater Neuwied. Infos unter allesnurtheater.de in 3D.